ja das ging fast jazoo carry augments omnivamp double titans schuldkornet das ist so mies aber es ist egal sink fast und nicht jazoo 3 gehittet arme so okay okay das sehen Wukong 2, nachdem ich Draven 3 geht habe. Let's go. Was ist denn? 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 Ich hab den nachbauen, ne? Hab ich gebaut. Wo haben wir den stehen? Ganz gut oben, ne? Ja, Draven sieht doch gut aus. Ist das dritte Draven Game, ne? Das hab ich eben gespielt? Hab ich das schon abgehakt? Was ist denn? Eben. Schon wieder, schon wieder zwei Games weiter wegen den Scheiß Q-Times. Ha, ha, ha. Ha, ha. Mit Draven Carry Augment ist wahrscheinlich Estier. Auch 100% Estier. Das sieht geisteskrank broken aus. Ciao. Sieht so geisteskrank broken aus. Fühlst du das auch? Yes, yes. Ich fühl das auch den First. Den Jax Ballschatz Second Carry, ne? Den Set Opfer ich, right? Set und Wukong werden geopfert. Obwohl, eigentlich will ich keine Defender Opfer, ne? Ich könnte auch Jax und Leona Opfern. D-Claw? Sunfire? Oh! Danke sehr. Mal so, ne? Dann würde ich sagen... Ist das mein Tank? Jax ist mein Tank, einfach. Fuck it, ne? Ich glaub der ist einfach mein Tank. Sunfire, D-Claw und Hodge. Fuck it. Und Gibi. Sager könnte ich noch spielen. Überli, ne? Vor allem macht ein Tank Jacks wahrscheinlich noch echt viel Damage. Ja, macht der auch. Ha 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 ha. krex wohin zu essen was du denn da gefäßt oder ich denke schon so jetzt gehen wir neun neun dann packen wir leona rein und dann ist das das perfekte drive oder jetzt da was auszusetzen leona auf neun aber fünf mecker zwei eges für die fänder für brawler stopp besseres sport gibt es nicht weit ich wusste jetzt keins ich wüsste jetzt keins gott habe ich schon jetzt genommen mit level ab welch wahrscheinlich schon am töten und level 9 10 was er war schon wieder winstreak ganz komisch ja so spielt so stark sie kann weg neun neona durch nicht mehr bauen wir haben wir das denn gebaut hat das genauso gebaut oder ich habe jetzt darauf an der stadt weil weil federates wenn ich kenne über federates hätte jetzt was ein tritt gebaut ja ich habe genau das wort stehen ich habe jetzt genau das wort ja okay wie sie einfach draven durchgespielt er so ist auch zwanger sagt also es ist immer noch gut er hat halt trotz hier videos trotzdem 33 prozentigen das hat geist gestellt da beteiligt da beteiligt ist krass im set zwei rekord jetzt aufgefressen anima vielleicht aber kein sinn so ein blick wäre gut gewesen mit 5 gott für leon oder so was war denn wetter mann 6 3 wichtiger als 4-hour heating augments 4 duelist 3 aegis 4-hour mit stone plate die für die nähe aber der rest ok nice 3 diesen wild schnell what the heck hallo hallo nope ich denke nicht ach ich hab gegen ihn gespielt warte mal 8 8 duelist ach so der hat gegen eine copy gespielt der hat gegen die copy von dem 8 duelist gespielt ich hab gegen 8 duelist gespielt 8 duelist mit dem 4-hour heat augments okay wild einfach 8 the fuck ich dachte ja wieso sind hier so auf crack der hat doch noch 4 aber das war der der hat das ist die sich was oh oh wieso verlierst du den fokus wie dumm war das denn Wieso hab ich denn zwei mal den Fokus verloren? Bullshit Und wieso läuft der in meine Backline? FF FF einfach Das kostet mich 6 Gold Frech Das kostet mich 6 Gold FF ist mir zu teuer So ich nicht ein Kick dir nicht erstmal raus Ich teste mal was Ich teste mal was Ich teste mal was Ja? Dann musst du ein nach rechts Machen wir ein bisschen Position Play für Raven Das ist ein bisschen Positioning Weil die Weih stirbt jetzt sofort Man switch mein Fokus Das ist natürlich blöd Dass die Recon Recon Riven so ganz komisch Meine Line dashed Aber gut Die Ult ist sick Die Ult war scheiße Die Ult ist wieder sick Die war wieder scheiße Und dann verriere ich das 5 bei Attack Speed Kaiser Und das ist ein bisschen dies diesmal hat er kein komisches was mich komplett count hat so viel gemacht ja das ist schon anders aus stargarten zu stellen 2d oder skateboard spot so Back to back first Shit, Warmox über Brawler genommen Aber so ist es ein Brawler geworden Was ist das denn für ein Shop Ein Triple Iona Shop Hab ich noch nie gesehen Hab ich noch nie gesehen, dass die Unit die ich brauche kommt Sassy Kein Hyrule Nein, 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 nein Einfach der bessere Spieler, ja, natürlich Ich hab's doch komplett clean runtergespielt Ekelhafte Trollholt schon wieder Oh, die Kaiser, die Kaiser Oh, oh, oh Hey, das gewonnen Aber wahrscheinlich nicht gegen mich, ne Yasu Yasu, carry augments weiter Können wir, können wir auch listen Das sieht gut aus, das Board Äh, wo hab ich den? Ich hab den auf B Der muss, der muss schon mal auf A Sieht, sieht's schon aus Können wir auch noch X hin machen Der hat nicht mal Supers Wait, der hat keine Supers Keine Supers Trotzdem gut aus Ja, der Damage von Supers fehlt dem jetzt Trust Ist euch das aufgefallen? Die Sages Die Games gehen nicht mehr bis Stage 7 Stage 6 ist immer Ende momentan Finde ich ein bisschen komisch Vielleicht ist es zu viel Player damit einfach Aber vielleicht wollen wir es auch so Okay Draven Draven ist strong Draven ist strong Ich mach mir kurz den Salat Ich hab aber 10 Minuten Okay Danke 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 Vielen Dank. 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 Okay. Draven gut. War das Highroll? Nee. Ah. Ah. Okay. 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 Let's Okay. 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 Das war ein bisschen Highroll. Okay. 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 Alright. Okay. 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 kriegst dann noch lotus ein team hat hundert prozent krit und die spielskritten wotwf? es ist so wotwf? nehm ich einfach dreimal aber uns gibt ihm ich glaube ich habe auch träne so was anderes wir müssen bluboff testing bluboff kann man auch so viel jungen spielen sogar die open-up Jinks muss ich auch nochmal testen, ne? Hab ich nur im Hyper-Roll gehabt. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh! Hättchen sei das noch. Hätt ich sei das 2. Reinic 2 mit Anima und Dings dahinter, ne? Boah, das ist eigentlich... Das ist immer True Toos. Fuck! Das ist immer True Toos. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, das ist gleich. Ich brauche einen Ezreal. Ich brauche einen Ezreal. Ezreal, get me out. Danke. Ah, Outro Toos. Okay. So meine Stärke, der S2. Okay, war jetzt besser. Oh, geil, Mann. Krieg morgen selbstgemachte Pizza. Oh, Draven. Er wollte aber Api spüren, ne? Er macht Musikwunsch, wenn ich esse. Mod Check. Da sag ich mal nix zu, ey. Ey, der Outroats mit Ravens. Soll das? Mach dem Streamer Arbeit, wenn er isst. Ist okay. Kriegt ihr schon hin. Das wird nicht gespielt, ne? Das wird nicht gespielt. ich kann dir auch ich kann dir auch noch mehr arbeit machen wenn der welt so wo kann ich dir nachricht schreiben nachschreiben flüstern was ist jetzt bist du nicht punkt ich weiß auch nicht habe ich einfach ist gott hey warum hat einer mein rüstung geklaut und mein rot mein welt ok da kannst du schreiben ist das ein link immer noch kein underground was soll das können raus oder wissen ihr cooles drin ich habe hier so eine old school playlist wo Hotschmorellos Wollen wir weiter essen Eheh Underground Er hat auch Underground Er hat 4 Wins Genau wie ich Und stellt Underground rein Aber er ist genauso verklatscht wie ich Aber Man muss dazu sagen Er hat eine Vein Mit 2 Items Aber Ich habe eine Kayle mit einem Item Einfach der bessere Spieler Eheh es will Bleib da Hauptsache ist gerade eine Katze gegen meinen Stuhl geflogen Bleib da Papi passt auf Gehe 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 Weitsplit? Hmmmm 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 Ah, kommt wieder Trade Sektor, Ash Reroll, okay? Das mal weg, ey Wir gehen für das zweite Cashout, ne? Ich muss sagen Oh? Es ist real Boah Es ist broke Das ist natürlich auch Das ist in meinem Angle Keiner broken, ne? Müssen wir nehmen, müssen wir nehmen Müssen wir actually nehmen Das ist zu broken Das ist nicht zu nehmen, jetzt Ah Das ist aber irgendwas zum Esri herumspielen Na, 5 Underground durchzocken Von Ding Das hier wird ne Vayne, ne? Das ist fucked Jetzt kriegt ihr den Collector Collector Danke Ein Gold Collector Und Collector ist natürlich noch mal noch mehr Gold, ne? Zack, ein Gold Das ist natürlich blöd Der Jacks Fokus jetzt Das ist Dings Oh Oh, ein Gold Ja, gut Ja, gut Kriegt ihr immer Collector Oder ist das Gibt es noch ein paar andere Eitems Und seit Ich bin nicht am Highroll Das sind ganz normale Hits Trust Trust Oh, da muss einer weg, ne? Geh mal weg hier Hier gibt es nichts zu sehen Hier gibt es nichts zu sehen, Craigs Hier gibt es nichts zu sehen Hier gibt es nichts zu sehen Hier gibt es nichts zu sehen Ein Gold Rüstung Kriege ich ein Gold Rüstung? Und bin ich zufrieden Hier nimmt doch keiner ein Gold Rüstung, oder? Hier ist noch ein 3-Gold-Bow Ha! Ein Gold Rüstung Bramble Beide sie zu sehen Bleibt sie auf 6? Gibt es doch eine Cashout, ne? Hey, was machst du an meinem Salat? Shit, die Hintermeld ist an meinem Salat! Bitch! Diese Katze border set mit blubber stehen war der stark so jinks da hat er auch fast jetzt sind wir fünf am euro hat 8 links seilers und nasus 3 habe ich hab hier was war das denn für ein bord weil wir sieben zwei cashout ist das mehr als 24 gold jetzt wert potenziell hey alex wo eine rüstung von rüstung rüstung sein als schuss hat schuss hat schuss hat war max hurricane was kriegt er selbst wenn er item collector ekelhaft bist du ekelhaft ich muss hier gegen 8 rio kommt spielen oder sieben an die marie weiß ich nicht das laser rio der stuhl ist wie wohl eklig wort sein seine ich habe kategorien geslämt ich bin ein affalte du kannst raus du kannst raus brain soll noch rein ne das war mir so teuer oder ich könnte auch den vierteln ein ding geben dank für dein ziel ist kein problem stark aus ich könnte mir schon vorstellen dass das echt eine ziemlich gute gute kommt wird zum set start in jeglicher konstellation geführt auch mit laser copy roll draven sowieso vor der z2 und aurelion 2 auf level 7 backline easy first oh man auch wenn man auch wenn es gut auf fettel trust man auch ein viertel ja hat wunderbar zweimal geultet muss man mir ich muss ja ich kenne jetzt nehme ich noch eine runde menschen dreier ich muss jetzt eigentlich nehmen eigentlich würde ich richtung edge of night noch gehen obwohl habe ich das bf kriegt nämlich das track war jetzt machen wir jetzt machen wir was haben wir denn hier alles drin alter ich gute tracks drin drei halbe items habe ich keinen bock darauf wollen weil das die falschen sind ich muss weiter aber nein ja 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 Vielen Dank. Und jetzt eine Runde 5 underground spielen und dann cashen. Ah, ich hab keine Dings mehr, ne? Ich hab keine Sona mehr. So muss ich Sona und Samira im Shopper. Trust, please. Ophelios. Amira. Ophelios. 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 Was ist das denn hier? 5kp, Brawler, Leona, Bar, Alter. Das wird so ein ekelhafter Aids-Champ. 5kp, Brawler, Leona, Bar, Alter. Das kann ich nie gespielt. Eigentlich kann ich dem Hot geben, ne. Harry, Kai, hier, One-Chains-Layer. Findet ihr, jetzt können wir auch spielen. 1. Ja. 1. 1. 1. ist so eine kächen der will neue was und dann abfahrt eine freunde ist scheiße was soll ich damit brauche ich nicht den brauche ich nicht kriegt mord oder so wie habe ich das gefühl dass er das einfach scheiß ist nach den drei nirgendwo bekommend kein gold trotzdem level abgehen bramble hier, bramble hier, das hier ich bin dabei hier was komplett sinnlos ist weiß ich nicht das wisper double hier ja gut damit ist da ne so fucking real talk ich hab nix gesehen ich hab nix gesehen moore noch ruhig sind sie das war schon ganz gut aus jetzt ganz ehrlich das board entwickelt sich zu einem zu einem first eigentlich aber es verstehe ich warum es nicht so ist aber noch aber noch durch den säg ist einfach mit so 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 ich spiel' zwei ace ne ist vielleicht gar nicht so gut ich kann ja auch raus ne für was borde macht nicht viel oder